Herr Schumacher, sicherlich bitter, dass man nicht in Führung gegangen ist, nachdem der Torwart vom Gegner so eine Einladung gegeben hat. Ja, das ist richtig. Wir haben eine relativ gute Torchance gehabt, aber ich glaube, das war auch unsere einzige Torchance in dem Spiel. Wenn man die vielleicht genutzt hätte, wäre vielleicht das Spiel anders gelaufen. Aber letztendlich war es ein typisches 0-0-Spiel. Götzinger hat auch in der ersten Halbzeit eine riesen Chance gehabt, wo Robin Hartmann alleine auf der Torwart zugelaufen ist. In der zweiten Halbzeit hat man sich neutralisiert und ich glaube, Götzinger hat einfach dann letztendlich ein bisschen mehr investiert und ist vielleicht auch dann glücklich als Sieger vom Platz gegangen. Können Sie heute zufrieden sein? Nein, ich bin nicht zufrieden, weil wir nach dem Sieg in Busenbach wollten wir heute einfach die nächsten drei einfahren. Und man hat viel zu viele Ausfälle bzw. viel zu viele individuelle Fehler, um letztendlich dann auch hier zwingend zu spielen und dieses Spiel dann auch gewinnen zu wollen. Das war die erste Niederlage gegen Ihren Ex-Spieler und jetzt Trainer von Kreuzingen. Bitter sowas oder nimmt man sowas sportlich? Nein, das nimmt man sportlich. Manu hat damals bei mir schon relativ gut gespielt, hat sich jetzt gesteigert, tut auch mit seiner Aufgabe jetzt wachsen, hat die Viererkette hinten wirklich richtig gut im Griff und kann man nur sagen Hut ab, was er mit dieser jungen Mannschaft bisher in der laufenden Runde hier fabriziert hat. Was meinen Sie, was das für ein Spiel wird gegen KIT Karlsruhe nächste Woche? Ja, es gibt den nächsten Hochkarätern der KIT, die sind vorne dabei, wird man sehen, wie sie jetzt das nächste Spiel gestalten bei Südstern. Die werden sich noch eine minimal Chance ausrechnen, vielleicht einen zweiten Tabellenplatz oder so zu erreichen, wird man sehen. Aber Kunststraßenplatz wird von uns bestimmt nicht einfach, aber wir fahren auch zu KIT und versuchen dort zu gewinnen. Wir haben es in Bussebach gezeigt, was für Potenzial das in der Mannschaft steckt und werden auch wieder die Köpfe hochhalten und versuchen dann bei KIT zu gewinnen. Und was möchten Sie diese Saison noch erreichen? Gibt es für Sie noch was zu gewinnen? Ja, zu gewinnen gibt es nichts mehr, aber man will immer bestmöglichst abschneiden, so viele Siege als möglich einzufahren. Wir wollten nach der recht schlechten Vorrunde, wollten wir den Tabellenplatz 5 uns ergattern. Das ist vielleicht nicht mehr machbar, aber wir werden trotz alledem versuchen, so gut als möglich abzuschneiden.